Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute geht es um die zwei meiner Meinung nach momentan besten Android Smartphones, nämlich das Samsung Galaxy S7 Edge und das HTC 10. Extrem viele von euch haben mich in den letzten Tagen gefragt, ob ich die beiden nicht mal ausführlich miteinander vergleichen könnte und genau das wollen wir heute machen. Das sind natürlich die Flaggschiffe des jeweiligen Herstellers und dementsprechend auch vollgepackt mit aktuellster Spitzenhardware. Hier und da gibt es aber doch einige Unterschiede oder Punkte, wo vielleicht der eine oder der andere besser ist. Welche das sind und welches von beiden ihr euch kaufen sollt, das wollen wir jetzt in diesem Video klären. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Auf dem Papier ist das Samsung Galaxy S7 Edge etwas größer als das HTC 10. Meiner Meinung nach bemerkt man den Größenunterschied im Alltag aber kaum und das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das Galaxy S7 Edge ein um 0,3 Zoll größeres Display besitzt. Das Galaxy S7 Edge ist außerdem auch etwas dünner als das HTC 10, auch wenn HTC das Ganze durch ein zu den Seiten hin stark abgerundetes Design etwas kaschiert. Gewichtstechnisch nehmen sich die beiden dann aber kaum was. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welches von beiden Smartphones denn nun besser in der Hand liegt. Ich persönlich muss sagen, dass mir beide diesbezüglich extrem gut gefallen haben, ich das HTC 10 aber minimal besser einhändig bedienen kann. Das liegt aber vermutlich einfach nur am etwas kleineren Display. Wir finden dann beim Galaxy S7 Edge auf der Vorderseite oberhalb des Displays neben der Hörmuschel und einer Benachrichtigungs-LED noch eine 5 Megapixel Frontkamera mit einer ziemlich lichtstarken Blende von f1.7. HTC verbaut ebenfalls eine 5 Megapixel Frontkamera, ebenfalls auch mit einer ziemlich lichtstarken Blende. Welche der beiden Kameras dann am Ende die besseren Selfies macht, das schauen wir uns später natürlich noch genauer an. Ansonsten findet ihr auch beim HTC 10 noch die Hörmuschel und eine ganz dezente Benachrichtigungs-LED. Außerdem haben sich beide Hersteller dazu entschieden, auf Onscreen-Tasten zu verzichten. Samsung verbaut beim S7 Edge dafür zwei touchsensitive Tasten für Multitasking und Zurück, sowie in der Mitte einen physischen drückbaren Homebutton. HTC hingegen sitzt auf drei touchsensitive Tasten, die Zurück-Taste und die Multitasking-Taste sind hier im Vergleich zum S7 Edge vertauscht. Das Spiel kennen wir ja. Und in der Mitte haben wir auch hier wieder den Homebutton. Beide Hersteller haben in diesen übrigens einen Fingerabdrucksensor integriert. Die sind meiner Meinung nach aber beide ähnlich schnell und akkurat. Ich war größtenteils zufrieden, muss aber auch sagen, dass das Huawei P9 beispielsweise hier nochmal einen Tick schneller ist. Beim Gehäuserahmen setzen dann beide Hersteller auf Aluminium. Beim S7 Edge findet ihr auf der linken Seite die sehr gut verarbeiteten Tasten für lauter und leiser. Beim HTC 10 hingegen sitzt hier der Einschub für eine MicroSD-Speicherkarte, mit der an Hilfe der 32 GB große interne Speicher problemlos erweitert werden kann. Dieser Einschub sitzt beim S7 Edge auf der Oberseite. Auch hier haben wir 32 GB an internem Speicher und auch hier ist es kein Problem, den zu erweitern. Außerdem kann hier auch direkt die Nano-SIM-Karte mit eingeschoben werden. Beim HTC 10 finden wir auf der Oberseite hingegen den 3,5 mm Klinkenanschluss. Der Einschub für die Nano-SIM befindet sich hier auf der rechten Gehäuse-Seite direkt über der lauter-leise-Wippe und dem Power-Button. Beide Tasten sind hervorragend verarbeitet und was das Druckgefühl angeht, in meinen Augen sogar noch etwas besser als beim Samsung Galaxy S7 Edge. Hier finden wir auf der rechten Seite dann nur noch den Power-Button. Interessant wird es dann aber natürlich auf der Unterseite. Beim S7 Edge finden wir hier nebeneinander den 3,5 mm Klinkenanschluss, den Micro-USB 2.0-Port und den Lautsprecher. Beim HTC 10 hingegen befindet sich hier ein USB-Type-C-Port. Das Ganze ist natürlich deutlich zukunftssicherer und ebenfalls ist hier auch ein erster Lautsprecher. Das ist aber ein großer Pluspunkt für das HTC 10, denn HTC platziert auf der Vorderseite einen zweiten Lautsprecher, was dazu führt, dass das HTC 10 deutlich besser klingt. Es ist etwas lauter, aber liefert vor allem auch den deutlich klareren Sound. Ein Grund dafür könnte auch sein, dass der Lautsprecher des Samsung Galaxy S7 Edge gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet werden musste. Samsungs Flaggschiff ist nämlich IP68 zertifiziert und somit wasser- und staubdicht. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Vorteile des S7 Edge im Vergleich zum HTC 10. Dafür habt ihr hier eben den USB-Type-C-Anschluss und die merkbar besseren Lautsprecher. Auch was das Material der Rückseiten angeht, gibt es erhebliche Unterschiede. Samsung setzt hier auf Corning Gorilla Glass 4, HTC hingegen auf sein altbewährtes Aluminium-Unibody-Design, nun aber mit stark abgeschrägten Kanten. Design ist natürlich immer Geschmackssache. Ich finde, dass beide Geräte extrem schön sind und kann euch sagen, dass sie sich in Sachen Verarbeitung, Haptik und Wertigkeit nicht viel nehmen. Auch diesbezüglich zählen die beiden momentan zu den besten Geräten auf dem Markt und ich könnte jetzt nicht sagen, welches mir da persönlich besser gefallen hat. Man muss aber ganz klar sagen, dass das HTC 10 nicht ganz so anfällig für Fingerabdrücke ist wie das S7 Edge. Was beide gemeinsam haben, das ist, dass sie ziemlich rutschig sind und man immer aufpassen sollte, dass die einem nicht aus der Hand rutschen. Dieses Problem hat sich im Vergleich zu den Vorgängen aber zumindest etwas verbessert. Es fällt auch noch auf, dass die Kamera des HTC 10 etwas stärker aus dem Gehäuse herauskragt als die des Samsung Galaxy S7 Edge. Da das HTC 10 aber durch sein zu den Seiten hin abgerundetes Design eh immer leicht wackelt, wenn es beispielsweise auf einem Tisch liegt, hat das nicht weiter gestört. Beide Smartphones kommen momentan mit Android 6.0.1 und der jeweils herstellereigenen Benutzeroberfläche. Bei Samsung ist es die TouchWiz UI, bei HTC die Sense UI. Prinzipiell sind beide Benutzeroberflächen mittlerweile ziemlich flach und modern gehalten. Die Sense UI wirkt aber einfach nochmal etwas schlanker und das eigene Design ist nicht ganz so bunt. Was einem da jetzt besser gefällt, ist es am Ende sowieso immer Geschmackssache. Es fällt auch auf, dass HTC in vielen Fällen auf eigene Apps verzichtet und stattdessen die jeweilige Google-App vorinstalliert hat. So zum Beispiel bei der Galerie, beim Music Player oder beim Kalender. Samsung hingegen hat für jede dieser Apps eine eigene Lösung am Start. Ich erwähne das Ganze jetzt nur, weil das HTC 10 zukünftige Updates dadurch vielleicht etwas schneller bekommen könnte. Das sind bisher aber reine Vermutungen. Eine Themes Engine gibt es in beiden Fällen. Ihr könnt das komplette Aussehen eures Smartphones also mit ein paar wenigen Klicks verändern. Was das Galaxy S7 Edge ausmacht, ist natürlich das zu den beiden Seiten hin abgerundete Display. Das sieht nicht nur gut aus, sondern kommt auch mit einigen Extra-Funktionen. Wenn ihr euch für die genauer interessiert, dann empfehle ich euch mein Review des Samsung Galaxy S7 Edge. Da habe ich die Edge-Funktionen nämlich ausführlich vorgestellt. Das gilt auch für das neue Always-On-Display. Dadurch werden im gesperrten Zustand theoretisch verpasste Benachrichtigungen in einer Schwarz-Weiß-Optik angezeigt. In der Praxis funktioniert das momentan aber leider noch immer nur mit verpassten SMS und verpassten Anrufen. Das macht das ganze Feature momentan noch relativ nutzlos, zumindest in meinen Augen. HTC setzt beim X hingegen den Fokus ganz klar auf das Thema Musik. Die mitgelieferten In-Ear-Kopfhörer sind um Welten besser als die, die beim S7 Edge mitgeliefert werden. Außerdem könnt ihr jedes Headset mittels verschiedener Soundprofile an euer eigenes Hörvermögen anpassen. Diese Funktion habe ich dann natürlich in meinem HTC 10 Review noch etwas genauer vorgestellt. Das ist in meinen Augen auch noch ein großer Pluspunkt für das HTC 10, denn die Audioqualität ist doch merkbar besser als beim S7 Edge. Unterschiede gibt es dann auch wieder beim Prozessor. Das S7 Edge kommt hier in Europa mit dem hauseigenen Exynos 8890, einem Octa-Core mit Big Lidl-Architektur und maximal 2,3 GHz. Dazu gibt es 4 GB Arbeitsspeicher. HTC verbaut im HTC 10 den Qualcomm Snapdragon 820. Dabei handelt es sich um einen Quad-Core, der hier mit maximal 2,2 GHz taktet. Ansonsten haben wir auch hier 4 GB RAM. Die Unterschiede gibt es aber wirklich nur in der Theorie. Im Alltag sind beide Smartphones ähnlich schnell und überzeugend mit einer überragenden Performance. Apps starten und schließen rasend schnell und Ruggler oder Verzögerungen gibt es quasi nie. Es wirkt teilweise so, als wäre das HTC 10 einen Tick schneller. Das liegt meiner Meinung nach aber einfach nur daran, dass HTC wieder fast komplett auf Animationen, beispielsweise beim Öffnen von Apps, verzichtet hat. Also was die Performance angeht, nehmen sich die beiden in meinen Augen nichts. Wo sich die beiden Smartphones dann aber tatsächlich unterscheiden, das ist in Sachen Display. Samsung verbaut ein 5,5 Zoll großes Super AMOLED Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 und etwa 534 ppi. HTC hingegen sitzt auf ein 5,2 Zoll großes SLCD 5 Panel, also ein IPS Panel, das aber ebenfalls mit 2560 x 1440 bei dann insgesamt 564 ppi auflöst. Auch wenn das HTC 10 in der Theorie, also die höhere Pixeldichte hat, fällt das in der Praxis nicht auf. Beide Displays sind einfach nur gestochen scharf und einzelne Pixel kann man hier im Alltag nicht mehr erkennen. Da gibt es einfach nichts zu kritisieren. Unterschiede gibt es dann aber bei der Farbdarstellung. Das S7 Edge hat technisch bedingt einfach das höhere Kontrastverhältnis und den besseren Schwarzwert. Das HTC 10 hingegen den besseren Weißwert. Ich muss sagen, dass mir beide Displays in Sachen Farbdarstellung insgesamt extrem gut gefallen. Da gibt es in meinen Augen auch keinen wirklichen Sieger. Das gilt auch für die Blickwinkelstabilität. Wo das S7 Edge dann aber wirklich punkten kann, das ist in Sachen Displayhelligkeit. Es hat einfach das merkbar hellere Display. Das merkt man schon, wenn man die beiden einfach mal so nebeneinander hält. Noch deutlicher wird das dann im Außeneinsatz an sonnigeren Tagen. Wobei man fairerweise sagen muss, dass ich hier auch mit dem HTC 10 so gut wie nie Probleme hatte. Das S7 Edge ist da einfach nochmal einen Tick besser. Und dann wäre da natürlich bei beiden Smartphones auch noch die Hauptkamera auf der Rückseite. Die löst in beiden Fällen mit 12 Megapixeln auf. Außerdem haben beide eine extrem lichtstarke Blende und natürlich auch einen optischen Bildstabilisator. Die Kamera UI ist bei beiden Smartphones ziemlich intuitiv und übersichtlich gehalten. Beide kommen mit den wichtigsten Modi, wie beispielsweise einem Auto-HDR-Modus, einem Panorama-Bild-Modus oder einem Pro-Modus, wo nahezu alles manuell eingestellt werden kann. Welche UI man da nun besser findet, das ist im Endeffekt auch wieder Geschmackssache. Das S7 Edge punktet dann aber wieder in Sachen Autofokus. Der Dual-Pixel-Autofokus ist einfach nochmal einen Tick schneller als der Laser-Autofokus des HTC 10. Allgemein ist das Galaxy S7 Edge diesbezüglich einfach momentan führend. Wie sieht es nun aber am Ende mit der Bildqualität aus? Denn letztes Jahr war Samsung hier ja noch meilenweit voraus. Ich denke, man sieht aber schon ziemlich deutlich, dass HTC diesbezüglich stark aufgeholt hat. Zumindest bei guten Lichtbedingungen. Beide machen hier extrem scharfe, detailreiche und farbgetreue Bilder mit einem wirklich ordentlichen Dynamikumfang. Das HTC 10 belichtet teilweise immer noch hellere Bereiche etwas zu stark über. Das hält sich aber meist in Grenzen. Unterschiede gibt es dann aber in Sachen Low-Light-Performance. Auch hier hat HTC stark aufgeholt. Das S7 Edge spielte aber einfach momentan in einer eigenen Liga. Die Aufnahmen werden heller und vor allem auch detailreicher. Ich glaube, die Unterschiede sieht man deutlich. Also der Punkt geht an das Galaxy S7 Edge. Noch ein paar Worte zur Hauptkamera. Hier nehmen sich die beiden meiner Meinung nach nicht wirklich viel. Beim S7 Edge hat mir der Weitwinkel ganz gut gefallen. Weil ich das bei Selfies einfach extrem praktisch finde. Das HTC 10 hingegen macht bei schlechteren Lichtbedingungen dank dem optischen Bildstabilisator teilweise die besseren Bilder. In Sachen Empfang und Sprachqualität gibt es meiner Meinung nach kaum Unterschiede. Hier liegt manchmal das S7 Edge. An manchen Orten aber auch das HTC 10 etwas vorne. Prinzipiell ordnen sich da beide eher im Mittelfeld ein. Und dann wäre da natürlich noch der Akku. Hier hat das S7 Edge mit seinen 3600 mAh auf dem Papier natürlich die Nase vorne. Das HTC 10 hat ja nur 3000 mAh. Dieser Unterschied macht sich dann tatsächlich auch im Alltag bemerkbar. Während ich mit dem S7 Edge eigentlich immer eineinhalb und manchmal sogar zwei Tage schaffe, bringt es das HTC 10 eher auf einen bis maximal eineinhalb Tage. Der Display-On-Time liegt beim S7 Edge meist zwischen 6 und 7, beim HTC 10 hingegen eher zwischen 4 und 5 Stunden. Ein weiterer Punkt, der hier für das S7 Edge spricht, ist die Tatsache, dass es Wireless-Charging unterstützt. Damit werden wir jetzt auch schon wieder beim Fazit angelangt. Und wir beginnen mit den Punkten, die für das Samsung Galaxy S7 Edge sprechen. Wir haben hier einfach das hellere Display mit dem besseren Schwarzwert. Wie gesagt, vor allem die Displayhelligkeit spricht meiner Meinung nach einfach für das S7 Edge. Außerdem haben wir, was die Hauptkamera angeht, einfach eine bessere Low-Light-Performance und den schnelleren Autofokus. Ich glaube, das müssen wir beides nicht wirklich diskutieren. Das hat man im Video ziemlich deutlich gesehen. Wie gesagt, das ist einfach ein Punkt für das S7 Edge. Das gilt dann auch für die bessere Akkulaufzeit. Klar, der Akku ist eben einfach größer. Das Display ist zwar auch etwas größer, aber am Ende resultiert das doch in einer deutlich besseren Akkulaufzeit für das Samsung Galaxy S7 Edge. Es ist außerdem wasserdicht. Ja, das ist ein ziemlich eigener Punkt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Manche mögen das ganz nützlich finden, andere eher weniger. Ich finde aber, dass das doch ein Pluspunkt ist, gerade weil es eben die Konkurrenten meistens nicht haben. Es gibt aber natürlich auch einige Punkte, die für das HTC 10 sprechen. Da hätten wir zum einen die Tatsache, dass es einfach weniger anfällig für Fingerabdrücke ist. Das mag jetzt mal gar nicht nach so einem starken Punkt klingen, aber jeder, der schon mal so ein Samsung-Smartphone hatte, also ein Galaxy S6 oder eben jetzt ein S7 oder S7 Edge und eben die richtige Farbe hatte, damit meine ich jetzt zum Beispiel Gold oder eben Schwarz, der wird wissen, wie anfällig die Diengänge für Fingerabdrücke sind und wie oft man die reinigen muss. Das kann schon ganz schön nervig sein. Außerdem haben wir hier einfach die besseren Lautsprecher. Wir haben zwei Stück. Wir haben einen auf der Vorderseite. Das ist einfach Gold wert. Das gilt auch für den USB Type-C Anschluss. Der ist einfach zukunftssicherer. Kann man sich jetzt natürlich streiten, ob man das jetzt schon braucht. Aber ich finde es doch ganz gut, dass HTC den eben mit verbaut hat. Und wir haben einfach die bessere Audioqualität. Also da hat sich HTC wirklich viel Mühe gegeben, auch mit diesen eigenen Audioprofilen und so weiter. Das ist schon ein ziemlich deutlicher Unterschied. Ansonsten haben wir hier einfach das Display mit dem besseren Weiswert. Wie gesagt, wenn ich den besseren Schwarzwert beim Samsung Galaxy S7 Edge lobe, dann muss ich hier natürlich auch den besseren Weiswert hervorheben. Ist im Endeffekt Geschmackssache, was einem da besser gefällt. Aber wie gesagt, das S7 Edge hat eben das etwas hellere Display. Am Ende ist es eigentlich genauso, wie ich schon in meinem Review zum HTC 10 bzw. zu Beginn dieses Videos gesagt habe. HTC hat dieses Jahr auf jeden Fall stark aufgeholt. Samsung hat aber natürlich auch nicht geschlafen. Und deshalb sind das in meiner Meinung nach momentan die zwei besten Android-Smartphones. Es kommt also sehr, sehr stark auf euren eigenen Geschmack an, auf was ihr mehr Wert legt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, eine gute Kamera, eine gute Akkulaufzeit und vielleicht ein wasserdichtes Design sind mir sehr, sehr wichtig, dann solltet ihr euch definitiv eher das Galaxy S7 Edge holen. Wenn ihr allerdings sagt, ich lege mehr Wert auf gute Lautsprecher, eine wirklich sehr, sehr gute Audioqualität und vielleicht auch einen zukunftssichereren USB-Type-C-Anschluss, dann ist das HTC 10 wohl eher die bessere Wahl für euch. Was man auch nicht vergessen sollte, das ist das Thema Design und Benutzeroberfläche, also welches von beiden euch diesbezüglich besser gefällt. Das sind eh zwei Punkte, die meiner Meinung nach immer wichtiger werden, weil sich die Smartphones eben diesbezüglich noch am meisten unterscheiden. Also das solltet ihr auch nicht vergessen. Wie ihr euch auch entscheidet, ich habe es jetzt glaube ich schon mehrmals in diesem Video gesagt, ihr macht wirklich mit beiden nichts falsch. Das sind zwei hervorragende Smartphones und ihr werdet den Kauf auf keinen Fall bereuen. Aber ja, das war es von diesem Vergleich. Wie immer gilt, wenn ihr euch jetzt für eins der beiden noch genauer interessiert, ich werde natürlich am Ende des Reviews oder des Videos in der Endcard noch die beiden Reviews zu den Smartphones verlinken. Also mein Review zum HTC 10 und zum Galaxy S7 Edge könnt ihr euch dann ja mal anschauen. Da gibt es noch viel mehr Infos zu den beiden Smartphones. Jetzt hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass ich dem einen oder anderen damit behilflich sein konnte. Sage in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!